Terror in Deutschland. Drei Jahrzehnte hält die Rote Armee Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auf die schuldigen Täter zu. Eine kleine Gruppe linker Rebellen im Kampf gegen den Staat. Benutzt und bekämpft von Geheimdiensten aus aller Welt. Eine Belastungsprobe, nicht nur für die Bundesrepublik. Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Anfang 1977 sitzen im siebten Stock vier Top-Terroristen der ersten Generation der RAF ein. Andreas Bade, seine Freundin Gudrun Ensslin, Jan Karl Raspe und Irmgard Möller. Bade hat entschieden, der war der absolute Herrscher da oben. Und was er sagte, das hatte Gültigkeit. Und die anderen, wenn er schlechter Laune war, dann hat er die in einer Art und Weise zusammen gestaucht. Wie ist eigentlich, wenn man es sich nicht wünscht. Übrigens auch sein Anwalt, den Quasar, hat er dann auch unter Umständen als blödes Arsch noch beschimpft. Hat er keine Hämmerung gehabt. Bade hat vor allem ein Ziel, er will raus aus Stammheim. Und er macht Druck auf die RAF-Leute, die in der Illegalität leben. In Aden, im kommunistisch geprägten Südjemen, wird 1976 die zweite Generation der RAF an Waffen ausgebildet. Die Palästinenser Terrororganisation PFLP unterstützt die Deutschen. Anführer der illegalen RAF ist zu diesem Zeitpunkt Siegfried Haag. Der 31-jährige Haag hatte sich früh als linker Anwalt für RAF-Leute engagiert. Er verteidigte Holger Mainz und Andreas Bader. Haag war als Kurier zwischen den Häftlingen unterwegs und warb über seine Kanzlei neue RAF-Mitglieder an. Nach seinem Abtauchen in die Illegalität treibt er eine gewaltsame Befreiung der Stammheimer voran. Im November 1976 wird Haag nahe Frankfurt verhaftet. In seinem Wagen findet die Polizei brisante Dokumente. Das BKA stellt fest, es sind Strategiepapiere und Arbeitspläne mit Codewörtern und Tarnnamen. Von der Operation Margarine ist da die Rede. Ein gewisser HM soll ausgecheckt werden. Man fragt sich, wo ein Typ gebunkert werden kann. Und das Ziel ist, die BIK raushole. So kann man sagen, dass diese Haag-Meyer-Papiere im November 1976 gefunden, praktisch schon in groben Strukturen den Fahrplan für das Jahr 1977, den deutschen Herbst, beinhalteten. Das BKA weiß, dass Aktionen der RAF bevorstehen, um die Gefangenen freizupressen. Doch was genau geplant ist, bleibt unklar. Präsident Horst Herold rüstet seine Behörde währenddessen weiter auf. Er setzt besonders auf Computer und die neue Methode der Rasterfahndung. Dabei werden aus unzähligen Daten, nach bestimmten Kriterien, Fahrzeuge, Adressen und Personen herausgefiltert. Ja, Herold war der Kopf der Neuentwicklung, der Neuausrichtung im BKA, der auf der einen Seite von der Strategie her sehr intellektuell geprägt war, auf der anderen Seite auch die technischen Möglichkeiten des BKA ausgebaut hat. Das sind Fahndungsinstrumente, das ist die Kriminaltechnik, das ist der Erkennungsdienst, das sind Labore. Und natürlich auch dafür gesorgt hat, dass das BKA personell gerüstet wird, um diesen heraufkommenden Anforderungen gerecht zu werden. Doch Anfang 1977 ahnt noch niemand im BKA, welche Anforderungen in diesem Jahr tatsächlich auf die Beamten zukommen werden. Erstes Ziel der RAF, der Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Der hat als Staatsanwalt 1962 die Durchsuchung der Redaktionsräume des Magazins Spiegel geleitet. Der vermutete Landesverrat ließ sich jedoch nicht nachweisen. Als Buback 74 Generalbundesanwalt wird, ist er zuständig für Ermittlungen gegen die RAF und er wird verantwortlich gemacht für die Haftbedingungen. Für Bader ist Buback damit ein ganz persönlicher Feind. Die Ermordung von Siegfried Buback und seinen Begleitern war ein reiner Racheakt. Also Buback hätte überhaupt nicht entführt werden sollen, die wollten ihn nicht entführen, die wollten ihn nur liquidieren. Und das von Anfang an und dafür gab es auch grünes Licht oder sogar die Anweisung von Andreas Bader, dem kurzen Satz, der General muss weg. Aus seiner Zelle in Stammheim bestimmt Bader das Schicksal des Generalbundesanwalts. Die RAF beginnt ihre Operation Margarine. SB, so heißt eine bekannte Margarinesorte damals. Es sind die Initialen von Siegfried Buback. Der ahnt die Gefahr. Mein Vater war nun nicht ängstlich und furchtsam, hat darüber nicht gesprochen, aber er war sehr ernst in den Wochen und Monaten vor der Tat. Aber ich denke, er wollte auch die Familie nicht beunruhigen. Am 7. April 1977 wird Siegfried Buback in Karlsruhe von einem RAF-Kommando erschossen. Er war mit seinem Dienstwagen unterwegs zur Arbeit. Mit ihm sterben der Fahrer Wolfgang Göbel und Georg Wurster, der Leiter der Fahrbereitschaft. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Anschläge und die Aktionen mit einer solchen menschenverachtenden Brutalität durchgeführt werden. Wir waren uns natürlich im Klaren darüber, dass Buback an oberster Stelle des Zielspektrums stand. Aber Sie müssen auch wissen, dass der Personenschutz zur damaligen Zeit nicht so ausgeprägt, so durchstrukturiert war, wie er heute ist. Mein Vater war wenig geschützt. Das sieht man ja auch daran, dass er in einem Fahrzeug saß, ohne Begleitschutz. Das Fahrzeug war nicht gepanzert. Also sie hatten gar keine Chance, als dann aus einem Schnellfeuergewehr 15 Schüsse abgefeuert wurden. Bubacks Mörder hatten den Fahrtweg ihres Opfers ausgekundschaftet und ein Motorrad besorgt, eine nagelneue Suzuki, gerade erst auf den Markt gekommen. Zwei Personen sitzen am Tattag auf dem Motorrad, das zur Tarnung ausgerechnet mit Bundesadler- und Deutschlandfahne verziert ist. Also das Auto stand an der Ampel und als die Ampel auf grün sprang, ist der Dienstwagen losgefahren und dann muss das Motorrad mit den beiden Tätern daneben gestanden haben. Es wurde dann in den Wagen hineingeschossen. Die Täter sind dann davon gefahren und ich vermute, dass mein Vater da schon tot war. Zum ersten Mal ermordet die RAF gezielt einen wichtigen Repräsentanten des Staates und dessen Begleitpersonal. In der Phase war die RAF völlig hemmungslos und hat da kein Pardon mehr gesehen und hat sich damit auch nie ein Problem gemacht, dass auch Leute, die völlig unschuldig waren oder nicht verantwortlich waren im Sinne der RAF aus ihren eigener Perspektive, dass die getötet werden konnten. Wer kann Hinweise auf den silbergrauen Alfa Romeo und auf Personen, die im Zusammenhang mit diesen Fahrzeugen gesehen wurden, geben? Es gibt Verhaftungen und Verurteilungen. Doch bis heute ist nicht geklärt, wer auf dem Motorrad saß und wer die tödlichen Schüsse abgab. Was ich mir gewünscht hätte, das wäre, dass man sehr schnell hochwertige Ermittlungen aufnimmt. Denn man kann das Andenken an einen Generalbundesanwalt und seine Begleiter nicht besser bewahren, als dass man den Mord an ihm aufklärt. Am 3. Mai 1977 nimmt die Polizei zwei mögliche Täter fest. Günter Sonnenberg und Verena Becker. Becker gehörte der Bewegung 2. Juni an. Bei der Lorenz-Entführung 75 wird sie freigepresst und in den Jemen ausgeflogen. Dann schließt sie sich der RAF an. Bei ihrer Verhaftung im Mai 1977 wird Verena Becker von einer Kugel ins Bein getroffen. Sie hat eine Waffe dabei. Es ist die Heckler und Koch, mit der Siegfried Buback erschossen wurde. Es hat sich ein Schusswechsel ergeben. Irgendwann waren die Waffen der Polizeibeamten leer. Ein Polizeibeamter ist zu dem Täterfahrzeug gegangen, hat eine Waffe gefunden, kannte sich mit der Waffe aus, hat geguckt, ob da noch ein Schuss drin ist. Diese Waffe genommen und hat auf Sonnenberg gezielt und hat mit der Tatwaffe Buback Sonnenberg in den Kopf getroffen. Günter Sonnenberg ist schwer verletzt, überlebt aber. Kurz zuvor hatte er selbst einen Polizisten lebensgefährlich verwundet. Die Festnahme ein erster Erfolg der Fahnder. Doch die RAF ist damit keineswegs handlungsunfähig geworden, wie sich bald zeigt. Ja, Ponto-Chef der Dresdner Bank war sozusagen ein relativ kurzfristig ersonnenes Anschlagsziel, weil nämlich die RAF bei ihren Planungen für die Offensive überlegte, was kann man machen. Und bevor man zu Schleier kam, dachte man, Ponto könnte einfacher sein. Insbesondere, weil man auf Susanne Albrecht getroffen war, die ja im RAF-Umfeld, im Sympathisantenkreis gewesen ist. Und die wurde praktisch als Türöffner missbraucht. Die 26-jährige Susanne Albrecht stammt aus einer wohlhabenden Hamburger Familie. Doch sie rebelliert schon früh gegen das großbürgerliche Elternhaus. Die Familie residiert in einer Villa im noblen Stadtteil Blankenese. Der Vater ist eng befreundet mit dem Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Die Studentin Susanne Albrecht engagiert sich für Hausbesetzer. Und sie zieht zusammen mit Karl-Heinz Delvo. Der RAF-Mann beteiligt sich 1975 an der blutigen Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm. Das Ziel? Die Freilassung von Bader, Ensslin und anderen. Das Vorhaben scheitert dramatisch. Zwei Jahre später beteiligt sich Susanne Albrecht ebenfalls an einer spektakulären Befreiungsaktion. Das war das zentrale Ziel der RAF ab Sommer 1972. Wie bekommen wir Bader und Co. aus den Gefängnissen wieder heraus? Andere Ziele spielten praktisch keine Rolle mehr. Man hätte damals auch sagen können, BBF, Bader Befreiungsfraktion, alles stand immer unter der großen Überschrift. Wie können wir die RAF-Häftlinge aus den Haftanstalten befreien? Am 30. Juli 1977 besucht Susanne Albrecht die befreundeten Pontos. Ihre Eltern haben zuvor ihre Ankunft angekündigt. Der Chef der Dresdner Bank weiß, dass die Tochter seines Freundes mit linken Ideen sympathisiert. Dass sie Kontakte zur RAF hat, ahnt er nicht. Susanne Albrecht bringt überraschend zwei junge Begleiter mit. Es sind die RAF-Terroristen Brigitte Monhaupt und Christian Klar. Auch sie werden von Ponto ins Haus gelassen. Ponto sollte ja entführt werden, er sollte ja nicht ermordet werden. Aber der hat sich ja gewehrt. Und insofern haben diejenigen, die da in dieser Wohnung in Oberorsel waren, dann auch geschossen. Jürgen Ponto stirbt noch am selben Tag. Susanne Albrecht taucht in die Illegalität ab. Ponto stammt aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Nach dem Krieg macht er Karriere bei der Dresdner Bank und wird schließlich ihr Chef. Wenige Tage nach dem Mord ziehen über 4000 Bankangestellte durch Frankfurt, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Nur einen Monat später schlägt die RAF erneut zu. Diesmal im Visier der Terroristen Hans Martin Schleyer. Seine Vergangenheit als SS-Mann, seine Karriere bei Daimler-Benz und sein Engagement für die Arbeitgeberseite sind in den Augen der Terroristen Grund genug für einen Anschlag. Wir haben ja auch, bevor die Entführung von Schleyer gelaufen ist, schon prognostiziert. Der nächste ist Hans Martin Schleyer. Wir haben das Landeskriminalamt in Stuttgart informiert, zwar sogar persönlich, dass die nächste Aktion gegen Schleyer stattfindet. Daraufhin wurde bei Schleyer ja Personenschutz organisiert. Mich hat allerdings gewundert, dass Schleyer, der Zugang zu Mercedes hatte, kein gepanzertes Fahrzeug bekommen hat. Schleyer ist 1977 einer der einflussreichsten Wirtschaftsfunktionäre der Republik. Befreundet mit Politikern wie Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Wir alle wussten, die wir mit Sicherheitsfragen zu tun hatten, dass Schleyer der gefährdetste Mann der Republik war. Es hat kurz vor einer Sitzung das Innenausschuss gegeben, da haben die Sicherheitsbehörden gesagt, wir fürchten einen Anschlag auf Schleyer. Und das Entsetzen bezog sie auch darauf, dass ein hochgeschützter Mann im Grunde schutzlos war. Am Abend ist auch den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Alle, die damals an diesem 5. September 1977 die Nachrichten gesehen haben, die waren schockiert. Es wird etwas passiert, was schlicht unvorstellbar war. Der Arbeitgeberpräsident, Hans Martin Schleyer, entführt seine vier Begleiter erschossen und die Täter über alle Berge. Die Terroristen waren mit einem Auto plötzlich rückwärts auf die Straße gerollt. Das Begleitfahrzeug mit den Leibwächtern fährt auf Schleyers Limousine auf. Die RAF-Leute eröffnen sofort das Feuer. Innerhalb von eineinhalb Minuten fallen 119 Schüsse. Der Polizist Reinhold Brändle wird 60 Mal getroffen. Mit ihm sterben die Beamten Roland Pieler und Helmut Ulmer. Außerdem Schleyers Fahrer, Heinz Marzitsch. Und das Bild werde ich nie vergessen. Da lagen mit Planen zugedeckt die drei Begleitbeamten und der Fahrer, die ermordet wurden von den RAF-Attentätern wie ein Stück Holz. Und ich muss Ihnen sagen, die ganze Menschenverachtung der RAF-Aktivisten ist mir dort in ganz tief eindringlicher Weise deutlich geworden. Hans-Martin Schleyer bleibt erstaunlicherweise unverletzt. Er wird in einen VW-Bus gesteckt, mit einer Spritze betäubt und in den Kölner Westen gefahren. Hier im Wiener Weg 1b befindet sich eine konspirative Wohnung der RAF. In der Tiefgarage wird das Fluchtfahrzeug gewechselt. Schleyer muss in den Kofferraum eines Mercedes. 20 Kilometer entfernt liegt das nächste Versteck, in Erfstadt-Liebla. Im Hochhaus zum Renngraben 8 haben die Terroristen ein Apartment angemietet. Nun fordern sie die Freilassung von Bader, Ensslin und anderen im Austausch gegen Hans-Martin Schleyer. Die Nachricht von dem Mordanschlag auf Hans-Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten und Mitarbeiter hat mich tief getroffen. Nicht anders als die Nachricht, die erst wenige Wochen zurückliegt vom Mord an Jürgen Ponto. Nicht anders als die Morde an Buback, Wurster und Göbel. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe. Gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Helmut Schmidt beruft einen Krisenstab ein, mit Spitzenpolitikern aller Parteien des Bundestages. Der Kanzler will Konsens und schnelles Handeln. Und eins ist von Anfang an klar, Schleyer soll nicht gegen RAF-Gefangene ausgetauscht werden. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, wir machen nichts. Wir hatten von Anfang an alles getan, dass er gefunden wird. Dann sollte der Versuch unternommen werden, ihn zu befreien. Aber dieses Mittel freilassen, das wird er abgelehnt. Zwei Jahre zuvor hatte die Regierung noch anders entschieden. Im Februar 75 war in Berlin Peter Lorenz in der Nähe seines Wohnhauses entführt worden. Zu dem Zeitpunkt war er der Spitzenkandidat der CDU für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Trotz aufwendiger Fahndungsaktionen konnten die Täter und ihre Geisel nicht gefunden werden. Die Entführer forderten die Freilassung linker Terroristen. Und tatsächlich stimmte die Bundesregierung einem Austausch des CDU-Politikers zu. Verena Becker und vier andere Häftlinge wurden in den Südjemen ausgeflogen. Lorenz kam daraufhin frei. Die Gefangenen beteiligten sich jedoch schon bald wieder an Morden und Attentaten. Nach den Erfahrungen mit der Freilassung von Tätern nach der Lorenz-Entführung war das klar. Es waren ja hochgefährliche Leute in Stammheim. Das hätte man nicht gemacht. Da gab es auch keinen Zweifel in der Regierung. Kurz nach Schleyers Entführung wird für die RAF-Gefangenen in Stuttgart-Stammheim eine Kontaktsperre verfügt. Man fürchtet, dass die Terroristen das Schicksals Schleyers aus dem Gefängnis steuern könnten. Die Häftlinge werden möglichst weit entfernt voneinander verteilt. Bader kommt in Zelle 719, Gudrun Ensslin sitzt gegenüber. Am anderen Ende sind Jan Karl Raspe und Irmgard Möller untergebracht. Die RAF-Gefangenen dürfen sich nun nicht mehr sehen. Sie bekommen keine Zeitungen, müssen Radios und Fernseher abgeben. Besuche der Anwälte werden abgesagt. Die Zellentüren provisorisch schalldicht isoliert. Man hat ja da diese läppischen Versuche und man hat da mit irgendeinen Matratzen vor der Türe. Aber im Grunde in der Nacht. Ist zwar in der Anstalt nachts nie ganz ruhig, da schreien immer irgendwelche durch die Gegend. Trotzdem, also von Fenster zu Fenster, so ganz lässt es sich ja nicht vermeiden. Auf der anderen Seite waren wir der Meinung, dass es wichtiger ist, den Kontakt nach außen zu unterbinden, als den Kontakt zwischen den Leuten. Unterdessen suchen die Fahnder des BKA nach dem Unterschlupf der Entführer. Wir waren uns sicher, dass wir das Versteckschleier finden. Mit allen Mechanismen, allen Analysen, allen Koordinationsmaßnahmen, die wir aufgebaut hatten. Wir hatten relativ rasch die Expertise herausgegeben, dass Schleier in der ersten Phase zumindest im Großraum Köln untergebracht ist. Das BKA hat recht. Monate nach der Entführung wird das Versteck entdeckt. Zehn Tage wurde in dieser Wohnung Hans-Martin Schleier festgehalten. Die Terroristen hatten einen Wandschrank mit Schaumstoff isoliert für den Fall, dass Schleier auf sich aufmerksam machen will. In dieser Wohnung wird auch das erste Erpresse-Video aufgenommen. Als ich entschließt, auf die Bedingungen einzugehen, damit für meine Freilassung einzutreten, dann verbinde ich damit die dringende Bitte, um weiteren Verzögerungen Abstand zu nehmen und insbesondere keine Maßnahmen einzuleiten, die als sogenannte militärische Lösung gelten können. BKA-Präsident Horst Herold ist zuversichtlich, dass Schleier befreit werden kann. Er vertraut auf die Rasterfahndung. Und Herold war eine exzellente Besetzung dieses Amtes, hat eine sehr, sehr positive Rolle gespielt. Und er hatte gute Gründe, zu sagen, es gibt eine mehr als 50-prozentige Chance, dass wir ihn finden. Das BKA leitet umfassende Fahndungsmaßnahmen ein. Vor allem junge Autofahrer zwischen 20 und 35 werden gestoppt und kontrolliert. Im Kölner Raum werden die Daten von Stromkunden mit Meldelisten abgeglichen. Horst Herold setzt besonders auf Computer, weil die Terroristen nach bestimmten Mustern vorgehen, die sich klar definieren lassen. Er wurde also zur Zentralfigur. Man hörte nur auf ihn. Schmidt hörte auf ihn. Und es war, im Grunde bestand die Gefahr, und die ist dann auch partiell eingetreten, dass sich das Bundeskriminalamt verselbstständigte. Das BKA führt Postkontrollen durch. Da die Entführer ihre Forderungen aus Paris nach Deutschland verschicken, prüfen Beamte den Briefverkehr. Gleichzeitig werden in allen Zügen zwischen Paris und Köln Personen kontrolliert. Noch immer vermutet die Polizei Schleier und seine Entführer im Großraum Köln. Man sucht nach anonymen Hochhäusern mit Tiefgarage. Das Raster stimmt genau überein mit dem tatsächlichen Versteck. Und bei dem Hochhaus stimmte alles. Barzahlung, der Miete, Tiefgarage. Und zweimal hat die örtliche Polizei einen Hinweis nach Köln oder nach Düsseldorf geschickt und hat gesagt, wir vermuten, er ist da. Viel zu spät geht die Sonderkommission den Hinweisen nach. Im Wust von Informationen war die eine entscheidende zu lange nicht beachtet worden. Also man hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit Schleier retten können. Das kommt doch hinzu. Und das war natürlich für die Sicherheitsbehörden ein unglaublicher Schlag. Über Wochen ist Hans-Martin Schleier in der Gewalt der Terroristen, ohne dass das BKA den Geiselnehmern auf die Spur kommt. So nah wie in Erftstadt-Lippler kommen die Beamten den Entführern zu Schleierslebzeiten nie wieder. Absolute Tragik. Das gesamte System des BKA, die gesamte Analyse, die gesamten Maßnahmen waren auf diesen Erfolg, Schleier zu befreien, ausgerichtet. Und die Maßnahmen haben gegriffen. Die Information lag auf dem Tisch. Sie wurde nur nicht sachgerecht bearbeitet. Im Krisenstab regt der Kanzler an, auch exotische Ideen vorzutragen, die Schleier retten könnten. Daraufhin kommt der Vorschlag, mit der Erschießung der RAF-Gefangenen zu drohen. Und dann begannen die Politiker auch, das Undenkbare zu denken. Also sie redeten sich in einen Kriegszustand hinein, in eine Notstandssituation, die niemals gegeben war. Die Stabilität unserer Demokratie war niemals gefährdet. Heute weiß man, die Regierung ließ die RAF-Gefangenen abhören. Das verstößt eigentlich gegen die Verfassung. Dass man Leute, die im Verdacht stehen, aus der Haft weiter kriminelle Aktivitäten zu entwickeln, dass man die abhört, um das zu verhindern, das, glaube ich, ist nichts Außergewöhnliches gewesen. Zur Zeit, wo Schleier noch als Geisel der RAF irgendwo untergebracht war. Nicht alles Notwendige zu tun, um zu erfahren, was kann der nächste Schritt der RAF sein. Das wäre ja vorwerfbar gewesen. Und in der Abwägung leben Schleier und Recht auf Intimsphäre eines Gefangenen, da würde ich sagen, ist die Entscheidung ganz eindeutig. Am 8. Oktober 1977 ist Hans-Martin Schleier schon über vier Wochen in der Gewalt der Entführer. Den RAF-Terroristen und auch ihm selbst ist inzwischen klar, dass die Bundesregierung keinen Austausch will. Deshalb ist eine Entscheidung der Bundesregierung, wie ich sie am ersten Tag gefordert habe, dringend notwendig. Dies muss umso mehr erfolgen, als meine Entführer sich nach meiner festen Überzeugung so nicht mehr lange hinhalten lassen. Ihre Entschlossenheit kann nach der Ermordung von Buback und von Ponto nicht in Zweifel gezogen werden. Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, fliegen Brigitte Monhaupt und andere RAF-Terroristen in den Nahen Osten. Sie konsultieren einen Terrorexperten der palästinensischen PFLP, Wadi Haddad, ehemaliger Kinderarzt und KGB-Agent mit guten Verbindungen zur Stasi. Man kann an diesen Zusammenhängen erkennen, dass es tatsächlich mehr als nur ein Spannungsverhältnis Ost-West gegeben hat, sondern dass es auch ganz konkrete Zugriffe, Unterstützungsmaßnahmen, Kooperationen usw. gegeben hat. Und Wadi Haddad und der KGB gehören sicherlich zu dem Herzstück. Und dass Wadi Haddad nun der Auftraggeber und die große kooperative Kraft für die RAF gewesen ist, spricht Bände. Wadi Haddad schlägt den deutschen Terroristen zwei Alternativen vor. Geiselnahme in einer Botschaft oder Flugzeugentführung. Es war aus Sicht der RAF-Mitglieder, die sich damals dort aufgehalten haben, die einzige Chance, noch die Häftlinge, also Bader und Co. aus den Haftanstalten rauszubekommen. Man hatte grundsätzlich Bedenken immer schon gegen Flugzeugentführungen. Man hatte sowas früher auch diskutiert, aber gesagt, das machen wir nicht, weil es richtet sich gegen das Volk. Und so hat die RAF, also wurde nicht klassischerweise abgestimmt, aber es wurde diskutiert, am Ende waren alle damit einverstanden, dass es diese Flugzeugentführung geben soll. Am 13. Oktober 77 entführen vier Palästinenser die Lufthansa-Maschine Landshut. An Bord fünf Besatzungsmitglieder und 82 Touristen auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Der riss die Tür auf, kam ins Cockpit gestürzt, Pistole auf Jürgen Schumanns Kopf und mich hat er in die Rippen getreten, out, 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 out. Naja, und ich gurte los und wusste ich natürlich sofort, was jetzt los ist. Wann haben Sie von der Entführung erfahren? Durch den Anruf meiner Tochter während einer Tagung in Wiesbaden. Sie rief mich aus der Tagung raus und sagte, du wirst es nicht glauben, die Maschine, wo wir auf die Mutti gewartet haben, die ist entführt worden. Im ersten Moment habe ich gedacht, sie macht einen schlechten Scherz. In Bonn tritt sofort der Krisenstab zusammen. Jetzt steht das Leben von knapp 90 Menschen auf dem Spiel. Helmut Schmidt stellt intern klar, dass man nicht wie gefordert elf deutsche RAF-Terroristen freilassen werde. Unterdessen ist die Landshut zum Auftanken in Rom gelandet. Im Cockpit Pilot Jürgen Schumann und Co-Pilot Jürgen Fitor. Anführer der Geiselnehmer ist der 23-jährige Palästinenser Soajir Akash. Er nennt sich Käpt'n Mahmoud. Natürlich sind Pistolen und eine Handgranate ein gutes Argument, ein starkes Argument. Aber trotzdem, wie er das alles gemacht hat, dass er die Leute so klein gemacht hat, indem er ihnen Erschießungen angetritt hat. Stell dir mal vor, der sagt, er hat so eine komische Zählweise, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, morgen früh um 7.30 Uhr werden sie erschossen. Was haben die für eine Nacht gehabt, diese Leute? Ja, Frauen meistens waren das. Also, der war schon gut. In seiner teuflischen Art. Die Maschine hebt wieder ab. Es geht über Zypern nach Dubai. Und Käpt'n Mahmoud tyrannisiert die Passagiere. Hilflose Mut. Man sitzt und möchte etwas tun. Menschen, denen man vorher noch Mut zugesprochen hat, zu denen man vorher noch gesagt hat, komm, das wird schon, sieht man dann gedemütigt, getreten, erniedrigt. Und man sitzt vollkommen hilflos da. Man möchte aufspringen. Man möchte seine Pistole selbst an den Kopf haben. Man möchte sich wehren. Und man kann nicht. Bald muss die Landshut wieder landen. In Dubai stellt der Verteidigungsminister der Emirate den Geiselnehmern Bedingungen. Erst nach der Freilassung von Frauen und Kindern werde die Maschine wieder betankt. Käpt'n Mahmoud geht darauf nicht ein. Schließlich ist der Treibstoff restlos aufgebraucht. Lüftung und Klimaanlage fallen aus. Die Maschine stand den ganzen Tag in der Dubai-Sonne. Und das waren unerträgliche, ich hab früher mal gedacht, vielleicht 60 Grad, ich weiß das. Es war wie in der Sauna. Die Leute sind umgekippt, dann hat er die Türen aufmachen lassen. Dann durften die ganz schlimmen Fälle nach vorne ein bisschen Frischluft von draußen schnuppern. Nach dreitägigen Verhandlungen stellt der Geiselnehmer über Funk ein letztes Ultimatum. Minister Al Maktoum gibt nach. Die Maschine wird betankt und kann wieder starten. Zuerst dachte ich, in Dubai noch im Lehrgott, nach 72 Stunden jetzt muss aber irgendwas einmal kommen, zumindest irgendeine Nachricht, irgendetwas. Dann sind wir weggeflogen und ich dachte, wir fliegen da zu irgendeinem Ort, wo eben in Ruhe ausgetauscht werden kann. Denn dass ausgetauscht wird, das war für mich keine Frage. Man kann nicht 90 Menschen ganz einfach draufgehen lassen, nur um ein paar Terroristen in den Gefängnissen zu behalten. Das kann man nicht. Das war meine Ansicht. Für die Bundesregierung ist ein Austausch immer noch undenkbar. Ich habe mir natürlich auch überlegt, was kann ich vielleicht auch tun, um aus dieser Situation Ausweg zu finden. Aber wir hatten ja keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit den Gefangenen. Ich habe mich dann auch mal bemüht, einen solchen Kontakt herzustellen, auch mit der Begründung. Ich kannte ja die Mandanten seit vielen Jahren sehr gut. Ich will versuchen, mit den Gefangenen irgendwie zu überlegen, ob es einen Ausweg gibt. Aber das ist nie zustande gekommen. Zum Schein geht die Bundesregierung auf die Forderungen der Landshutentführer ein. Die Häftlinge werden befragt, ob sie sich nach Somalia ausfliegen lassen würden. Ja, schreibt Gudrun Ensslin. Und auch Andreas Bader stimmt unter Vorbehalt zu. Und wir waren natürlich auch irgendwo gespannt, wo das hinführt. Es gab ja dann so Aktionen, da wurden dann also Pässe ausgestellt und ähnliches mehr. Wir wussten auch nicht, kommt es jetzt zum Austausch der Gefangenen, werden die jetzt ausgeflogen irgendwo nach Palästina oder nicht. Wir haben es zwar erwartet, dass das nicht geschieht, aber das war nun, es hat ja das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden gehabt und andere. Das wussten wir alles nicht. Die Bundesregierung will vor allem Zeit gewinnen. Beamte der Eliteeinheit GSG 9 fliegen in einer eigenen Maschine hinter der Landshut her. In Bonn empfängt Helmut Schmidt Angehörige der Geiseln. Ich werde ihm sagen, warum sie so lange tagen, wer an ihrem Tagungstisch eigentlich die Interessen der Geiseln vertritt, bei dem Krisenstab. Da werden alle Interessen vertreten, aber die Interessen der Menschen im Flugzeug, von den Interessen hat man bisher, da war niemand da, der die vertreten hat. Die Angehörigen fordern den Austausch der Geiseln gegen die Terroristen. Eine Möglichkeit, die intern nicht mehr diskutiert wird. Ich glaube, man hat in diesen Tagen der Entführung des Flugzeuges darüber gar nicht näher nachgedacht. Man hat alle Energie darauf verwendet, die Täter im Flugzeug zu stellen. Wir haben uns damit befasst, wie bekommen wir das Flugzeug in unsere Hände. Parallel wird weiter nach Schleyers Versteck und seinen Entführern gefahndet. Den Beamten ist klar, dass die Landshut-Geiselnehmer und Schleyers Entführer eng vernetzt sind. Mit einer weiteren Videobotschaft will die RAF den Druck erhöhen. Schließlich bin ich nun 5,5 Wochen in der Haft der Terroristen. Und das alles nur, weil ich mich jahrelang für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung eingesetzt und exponiert habe. Manchmal kommt mir ein Ausspruch auch von politischen Stellen wie eine Verhöhlung dieser Tätigkeit vor. Justizminister Hans-Jochen Vogel hat täglich Kontakt mit Schleyers Familie. Enttäuscht von der Politik geht die an die Öffentlichkeit. Ja, das war nicht einfach. Denn Hans-Eberhard Schleyer war natürlich der Meinung, man müsse den Forderungen nachgeben, um das Leben des Vaters zu retten. Schleyers Sohn geht bis vor das Bundesverfassungsgericht, um einen Austausch seines Vaters zu erzwingen. Eine schwierige Entscheidung. Was zählt mehr? Das Leben Schleyers, das konkret bedroht ist? Oder die Sicherheit der Allgemeinheit, die bei einer Freilassung der Terroristen in Gefahr wäre? In dieser Sache wird im Namen des Volkes folgendes Urteil verkündet. Der Antrag auf Verlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Die Bundesregierung bekommt Recht und hat damit freie Hand. Inzwischen steht die Landshut nach einer tagelangen Odyssee in Aden im Südjemen. Nach einer Notlandung im Wüstensand kontrolliert Pilot Schumann die Triebwerke. Eine Zeit lang ist er verschwunden. Dann kehrt er zurück in die Boeing. Totenstille in dem Flugzeug. Und dann merkte man, es passiert hinten was. Das Flugzeug vibrierte. Jürgen Schumann kam den Mittelgang entlang. Er musste sich vor dem Mahmoud hinknien. Der Mahmoud stand hier und seine drei Leute standen dahinter. Die eine, eins von den beiden Frauen, der hat noch einen Apfel gekaut dabei. Wir schießen jeden Tag Leute. Und da hat der Mahmoud gesagt, are you guilty or not guilty? Und Jürgen sagte, ja, Captain, are you guilty or not guilty? Es kört ein Ei. Mehr kam nicht. Und beim dritten Mal hat er geschossen. Er war tot. Jürgen Schumann stirbt im Alter von 37 Jahren. Bei der Luftwaffe hatte er seine Karriere als Starfighter-Pilot begonnen. Ein Job eigentlich weit gefährlicher als die spätere Arbeit bei der Lufthansa. Co-Pilot Jürgen Vitor muss die Maschine weiterfliegen. Der kommunistische Südjemen will mit den Entführern nichts zu tun haben. Nun geht es nach Mogadischu, Somalia. Hier wird der tote Jürgen Schumann über eine Notrutsche aus der Maschine geholt. Das war eine Erleichterung, dass der Körper rauskam. Aber ich konnte auch nicht hinsehen. Ich wollte das Ganze so weit weg von mir schieben, wie nur irgendwie möglich. Viele haben nicht hingeguckt. Ich glaube, die meisten haben nicht hingeguckt. Jeder hat sich weggedreht und beim anderen an der Schulter Halt gesucht. Und das habe ich auch gemacht. Dann wurden wir gefesselt mit Strumpfhosen oder mit Stricken, dann in die Sitze reingedrückt, angeschnallt. Und dann kamen sie noch, haben den Duty-Free-Schnaps, also Alkohol aus Palma. Den hatten die ja vorn alles in der First Class deponiert, das Gepäck und Handgepäck. Der wurde entkorkt. Und dann gingen sie rum, damit ihr besser brennt. Und vorn an die Trennwand zwischen der Economy und First, da hat Mahmoud Sprengstoff mit Zündern deponiert. Käpt'n Mahmoud droht mit der Sprengung der gesamten Maschine. Und die GSG 9 ist noch nicht einsatzbereit. Unterhändler Hans-Jürgen Wischniewski verhandelt mit Entführern und Somalis und erreicht einen Aufschub des Ultimatums. Und das muss man sich jetzt auch einmal vergegenwärtigen. Da ging es dann um mehr als 90 Menschenleben. Also die Insassen und die Besatzung der Maschine. Und es war schon eine unglaublich schwere Entscheidung, die in erster Linie Helmut Schmidt herbeigeführt hat, dass ein Befreiungsversuch unternommen wird. Wir wissen heute, das hätte auch 90 Todesopfer bedeuten können. Für die GSG 9 ist es der erste Einsatz überhaupt. Die Truppe ist gut trainiert und hochmotiviert. Doch niemand kann wirklich abschätzen, wie die Stürmung der Maschine ausgehen wird. Das war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Das war unglaublich riskant. In Bonn tritt der Krisenstab zusammen und verfolgt, was im fernen Mogadischu geschieht. Fünf Minuten nach Mitternacht beginnt die Operation Feuerzauber. Wir haben natürlich immer wieder auf die Nachricht von Hans-Jürgen Wischniewski gewartet, wie die Dinge sich entwickeln. Wir wussten, dass der Einsatz begonnen hat. Ein furchtbares Getöse. Und das Schönste war, abgesehen von den Schüssen, deutsche Stimmen. Köpfe runter, Köpfe runter, wo sind die Schweine? Wir holen euch ja raus. Köpfe runter, wo sind die Schweine? Ruhe, Ruhe. Und dann wurde geschossen und das Schießen hörte langsam auf. Und dann hörte ich schon, wie evakuiert wurde. Hier raus, hier raus, hier raus. Schnell, Köpfe runter, hier raus. Alle Geiseln überleben. Die meisten sind völlig erschöpft. Ärzte und Sanitäter versorgen sie am Flughafen. Hoffnung hatten wir immer. Wir haben zwar oft gedacht, jetzt ist das Ende. Aber dann haben wir immer wieder gehofft. Drei der Geiselnehmer werden getötet. Die verletzte Suhaila Andraves zeigt das Victory-Symbol, als sie davongetragen wird. Hans-Jürgen Wischniewski benachrichtigt den Krisenstab zu Hause in Bonn. Und dann wurde Helmut Schmidt gebeten zu kommen. Und dann hat Hans-Jürgen Wischniewski die berühmten Worte gesprochen. The Work ist dann, die Arbeit ist geleistet. Und das bedeutete, dass es erfolgreich zu Ende gegangen ist. Das war das einzige Mal, dass ich in den Augen von Helmut Schmidt Tränen gesehen habe. Die Nachricht von der Landshut-Erstürmung erreicht die RAF-Terroristen in Stammheim. Noch in derselben Nacht nehmen sich Bader, Ensslin und Raspe in ihren Zellen im siebten Stock das Leben. Also da ist noch ein großes Mysterium, sodass ich bis heute sage, was da genau abgelaufen ist und wer daran beteiligt war und wer davon gewusst hat, ist aufklärungsbedürftig. Einen Tag später wird Hans-Martin Schleyer erschossen im Kofferraum eines Autos aufgefunden. Der sogenannte Deutsche Herbst ist zu Ende. Die Geschichte der RAF allerdings noch lange nicht. Die Geschichte der RAF ist zu Ende. Vielen Dank.